Liebe Geschäftsfreunde, mit Jingle Bells haben auch wir Weihnachten 2011 eingeläutet. Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Für 2012 haben wir uns auch wieder viel vorgenommen. Für 2012 planen auch wir wieder ein Feuerwerk neuer Produkte und wir sind stolz auch nun in unseren Reihen Prof. Willi Brandstetter zu haben, mit dem wir eine neue F-Tuber entwickelt haben und die wir in Frankfurt bei der Messe vorstellen wollen. Vielen Dank nochmals im Namen der Geschäftsleitung der Vertriebs- und Marketingabteilung der B&S GmbH. Wir freuen uns mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wir freuen uns mit Ihnen und Ihren Teil vom Schöpfelfilme auf die Knoten der B&S GmbH. Ich freue mich schon mit Ihnen über die Knoten der B&S GmbH. Ich schzeie dich schon mit Ihnen an den Bereich Bekaufnahmen an. Wir können Sie stehen mit ihnen vielleicht gegen die Knoten erwähnen.